Kalte, weiße Wände, die gar nicht so hübsch aussehen, das muss nicht sein. Ich hab da was für mich. Anduril, Aragorns Schwert. Eine authentische Nachbildung aus dem Herrn der Ringe, aus der Rückkehr des Königs, um genau zu sein. Anduril hat eine Gesamtlänge von 134 cm. Die Klinge besteht aus 420er rostfreiem Stahl. Auf der Klinge seht ihr eingravierte Elbenrunen. Der Griff hat einen authentischen Lederüberzug. Zum Schwert kommt natürlich ein Echtheitszertifikat und ein schickes Wanddisplay aus Holz. Übrigens, im Buch erhält Aragorn direkt zu Beginn seines Abenteuers diese markante Waffe, im Film aus dramaturgischen Gründen erst im dritten Teil. Die Details bestehen teilweise aus 24 Karat Gold. Damit fühle ich mich jetzt auch endlich wie Aragorn im Film, aber ganz wichtig dabei ist, das ist eine Dekowaffe. Die hat eine Sollbruchstelle und die ist nicht kampfgeeignet. Trotzdem gilt, wer die haben möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein.